Das Problem ist nicht das Problem. Pfeiler? Das Sehen ist nicht das Problem. Das dahin kommt, dass ich schießen kann, ist viel schlimmer. Wieso? Dann lass uns doch näher ein Podest aufbauen. Die hauen doch dann ab. Die greifen dich doch erst an und folgen dir. Na ja? Oder am besten da oben, wo der Turm ist, da kannst du ja dann das Feed trotzdem packen, oder? Der eine Wolf packt immer noch deine Wunnen fest. So. Und jetzt werden wir direkt das Ei ausbrüten. Was bist du denn? Es ist so kalt? Das ist so kalt. Mir ist auch kalt. Mir ist auch kalt. Okay, haben wir halt hier auf den Boden. Brüten, wunderbar. Wo ist Fleisch? Soll ich mal schnell besorgen? Ich meine, der Wolf ist Feuer und Flamme. Aha. Leder. Da rein. So. Ich seh nix. Ich seh so nix. Sechs Minuten. So. Äh, 15 Minuten haben wir noch, ne? Dann... Ich seh nix. 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 Ja, ich seh nix. Ich seh nix. Da knüht's schon wieder öfter, Güte. Was ist denn, dass mich hier in dem Garten keiner erwischt? So. 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 Ich bringe Leusthaus hier mit. Und noch was anderes. Ein Raptor? Nein. Habe ich da oben nicht gesehen. Ein Wolf? Den habe ich gesehen, aber da konnte ich nicht drauf schießen. So. So Freunde, wenn nicht das ganze gefällt, ich werde es auf jeden Fall ungeschnitten. Dann auf YouTube hoch landen. Dann könnt ihr es auf jeden Fall da noch mal nachgucken. Ach, schauen wir. Auf jeden Fall haben wir da richtig gut heute eingelegt. Fast der gleiche Spielstand wie auf, naja, bisschen weiter auf Island. Mal gucken, dass man den... Ach. Ach, du liegst dafür. Ah, ich guck mal das Eier an. Ja, theoretisch müsste dein Vogel sich verbrennen. Wieso? So. Ich bringe jetzt ein... Fee... Fee... Fee an dem Feuer lag. Okay. Oh, ich dropp dir mal was. Äh, was hätten wir denn gerne? Ah, nice eye. Hier. Nicht rechts von dir. Oh ja, jetzt links von dir. Weiter, 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 weiter. Habe ich doch die Zitrone. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kann man die essen? Sicher kannst du die essen. Eine Zitrone verbraucht. Okay. Ich hab noch mehr. Oh Gott. Nein, ist okay. Lass, lass, lass. Nö, hier. Das, 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 das. Was ist das? Was ist das hier? Ja. Ich hab nen Garten geplündert, hab ich doch gesagt. Ja. Ey. Lass die, lass die Schrepergärten in Ruhe. Warum? So. Ja. Mal gucken, was wir haben. Ob es gute Rezepte gibt. Hm. Rezepte. Nix. Gerichte. Mind wipe tonic. Mind wipe tonic. Shadow steak. Stimulantien. Die halten aber nicht wirklich lang, oder? Ne, ne. Also entweder Kühlschrank oder... Deswegen musst du die ja sofort... Deswegen lässt du die ja die ganze Zeit nochmal auch im Dings drin. Gekochtes Fleisch. Stimulantien haben wir nicht, ne? Ja. Äh. Brauch ich... Also... Wir brauchen nur Stimbeeren. Hä? Stimulant? Das sind die Weißen, oder was? Ja. Die sind oben im Futterdruck. Warte mal. Dann holst du runter, weil... Äh... Das sind Pulverhammer. Dann kannst du jetzt Stimul... Stimulieren. Bessere Idee. Bessere Idee. Für was haben wir das denn drauf? So. Hat er schon geforscht? Yes. Will er heut komplett das ganze Event durchziehen. Heiliges Blöschlein. Da bin ich mal gespannt, ey. So. Läuft. Stimulantien. Stimulantien. Zitronen. Zumindest mal mit Zitronen. Hat er eine Zitrone. Die hab schon fressen. Welche? Wir haben noch 170 Stück. Guckt euch den an. Guckt euch den da an. Rot, Gelb, Lila. Also Blau kann erstmal weg. Schwarz kann weg. Rot, Gelb. Rot, Gelb, Lila am Innen da. Und Zitronen. So. Gleich schlepft schon mal. Gleich schlepft da die Lila. Zitronen. Das ist da auch immer. An Fasernach, aber die wollen wir nicht. Und gekochtes Fleisch. Und das ist da auch immer. Ach so, Stroh habe ich jetzt noch keins drin? Okay. Jetzt rühre ich jetzt mal was an. Guck mal. Verhalten. Ne, Blick. Verhalten. Passiv. So. Hier ist kalt. Oh, ist der Bench, ja? Schön. Passt ja. Acht Grad. Hier sind Paarer bei uns im Plager. Männle oder Weible? Wenn es ein Mensch ist, ist es gut. Stroh. So. Koch, Tupf. Tupf, 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 Tupf. Lila ne Bären haben wir noch nicht drin. Hast du noch lila ne Bären? Oder sind die auch noch oben? Hallo. Ciao. Oh, 80 Stück nur. Ja. Krösser Scheiße. Tupf, Tupf. Malrocena. Ich hab da. Tupf. Tupf. Ahhhh. Kali, so haben wir gemacht. Was auch ein bisschen hohes. Ey, ey, ey. Was? Ah, wir müssen gerade ihm rausgehen, ne, durch das er seinen Boden festbockt. Was, der Dolphy? Ah, nein, ich weckte ihn schon eine ganze Zeit. Der ist schon draußen. Verfallszeit 5 Stunden. Dieser einfache vegetarisches Gericht erfrischt deinen Körper wie eine Oase. Es ist um verbesserten Schutz gegen Wärme sowie ein reduziertes Durstvermüll. Wirkung für 15 Minuten. Ja gut, wir bräuchten eher was gegen Kälte. So, jetzt hoffe ich nur, dass das da alles passt. Ich weiß, dass es klappt. Plus 40 Gesundheit. Geiles Knistergeräusch, ey. Geiles Knistergeräusch. Wir geben Nahrung, ne? Hm. Ein Maiskolgen. 20 Nahrungspunkte. Krass. So, was? Wollen wir doch mal was gucken. So gerutt kann ich jetzt nur gucken. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt man mal einen Partner ab in Stamp Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. So, damit es nicht so eintönig wird. Dann haben wir die Musik her. Machen wir mal den mal rein hier. So. Na, mein Kleiner, was macht dann? Oh, der wächst. Der wächst. Der wächst. Da wird das schon mal rein. So, wieder viel Fleisch. So, das haben wir. Wir bräuchten noch dringend wieder einen Nackobörn, ne? Wir brauchen alles ab, ja. Was hast du gemacht? Ein bisschen Raum explodieren. Okay. So, wie sieht's aus? Hm. Ein bisschen Essen und Nachteil ist, das verfällt zu schnell. Na gut, fünf Stunden aber. Ich hab auch noch Gericht gefunden, was in zwei Stunden passiert. Ja, aber die fünf Stunden, die gehen schnell um, ne? Achso, das ist das, was wir schon hatten, ne? Grüne Flasche. Hm. Dann stimmt irgendwas nicht. Gekochtes Fleisch. Zitronen. Rote, blaue, gelbe, lila. Und was? Warum produziert er dann was Falsches? Rot, blau, gelb, lila. Ah, jetzt macht das. Ne. Jetzt produziert er verschiedene Gerichte auch, gell? Naja. Gut. So, jetzt sind, glaube ich, Narko und Lila. Hm. Der braucht echt noch lange gesorgt, muss er. Der braucht echt noch lange gesorgt, muss er. So, ja. Der braucht echt noch lange gesorgt, muss er. Du musst wahrscheinlich drei Wasserflaschen reinpacken, weil er alles drei automatisch daraus macht. Stroh, 50 Beeren. Stroh, 50 Beeren. So. Okay. 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 So, wir haben dann gleich keine Dolphys mehr draußen, oder hast du Bescheid weiß? So, was hast du jetzt noch geholt? Noch mal einen Tag? Hey, hatten wir schon. So. Verhalten, Zielangreif, Passiv, Verhalten. Oh mein Gott, regst du das nicht einfach? Auf alle anderen? Nee. Was sind die drin, ist ja alle. Ein weiblicher ist das, brauchen wir halt. Merk dir mal, 40 Stroh, 50 Beeren und Wasser. Warte mal, 50 Wasser? Aufschreiben brauchst du jetzt nicht. Da gibt's jetzt eine einfach drin. Achso. 50 Wasser, 50 Beeren, ja. So, du gehst dann hier in die Ecke. Kann auch mal schöner. Ja. So. So. Und hier werden jetzt meine Armee gezüchtet. Weih, jetzt kommt noch einer von den komischen Viechern da rein. Da stapeln sich schon die Eier. Nebensmittelschrank, alles klar, Eier rein. So. Ähm, was willst du das noch ausprobieren? Da, gucken. Ne, ich wollte jetzt nur den Brau noch zu Ende machen. Sind jetzt noch die drei Wasser. Da muss ich mir nur noch Wasser holen, dass ich welches hab. Alles klar. Weil ich meine Trinkflasche jetzt mit benutzt hab. Oh ja, das passt ja dann. Passt, passt, Jordan. Das andere können wir ja nächstes Mal machen. Oh, könnt ja schon morgen rein. Hat's aber richtig geil, Eier. Reife, Polymer und Öl. Wir sollten dann morgen aber definitiv auf Erkundung gehen, wenn uns hier auf Erkundungslook auf jeden Fall gehen. Das, 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 das. Das, das, das Fleisch kann man sagen. Stimulantien, Stroh, Rot, Stroh. Was hast du jetzt noch? Was hast du für einen Tino jetzt noch geholt? Ich suche schon die ganze Zeit. Äh, noch einen Lysto hab ich mitgebracht. Ja. Ach, wo, wo, warte mal. Da mir über den Weg gelaufen ist. Lysto ist ja einer zum Level, ne? Ja. Deswegen immer schön strecheln. Passt. Hey. Höö. Her 안 kommt? Komm, mein Digger. Wir haben keine Narko-Bärne mehr. Komm, 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 komm. Schön hier rein. Wandstopp. Kannst du auch draußen an die Hauswand stellen, das hilft auch. Ah na, alles gut. Mit welcher Taste pfeife ich eigentlich, dass die angreifen? Ähm, selber den M ist doch so ein Komma-Zeichen. Dann kommen sie alle, das würde ich dir nicht raten. Dann kommen sie wirklich alle. Und ich habe jetzt leider noch keine Tür da eingebaut. Da hast du den ersten Bus verpasst. Ne blöden passiert. Na gut. Äh, fertig? Äh, wir haben bald was zu trinken, ja. Dann komme ich in die Wohnung. Jawohl. Dann sage ich immer Dankeschön. Hättest ja wenigstens die Tür zu machen, wenn du hier mit dem Listo reinkommst. Welche Tür zu denn? Äh, welche Tür? So. Aus Dauer. So. Ist der kalt schon wieder? Nö, ich habe noch kein Bett. Achso. Mach mir eben ein Bett noch. Äh, ich hätte hier eins. Ne, das will ich nicht. Nein, nicht das, was da steht. Ich hab zwei. Ist der separate Raum hier ganz am Ende voll für mich, wo es schon ein Bett drin steht? Nein. Das ist für mich. Boah. Geh mal zu. Föster. Ah, das lag 50 Prozent. Ja, warte, das Park da. Fährt schon wieder ein. So, das ist dann eine definition. Ah, ah, ah. Oh no. Oh shh. Oh shh. Oh shh. Oh shh. Oh shh, I've got to go. I don't think. Oh shh. Oh shh. Oh shh. Oh shh. Oh shh. Hast du noch ein bisschen Holz für mich? Oh shh. 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 Ich glaube, du hast schon ein Problem. Ja, die gucken alle nach dir nach oben. So, hier hat ein... Hast du ein Schwert? Oh nein. Warum nimmst du denn das in den großen Steinofen? Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey So, dann sage ich schon mal Dankeschön, hat Spaß gemacht. Kann ja auch morgen ja weitermachen. Und Freunde, wir machen jetzt mal ne kurze Pause und dann werden wir alles mal für den ACC vorbereiten. Hast du jetzt gesehen, was ich noch gemacht habe? Nee, das ist nämlich wirklich. So, dann. Heben wir uns den Spaß für morgen auf. Und ja, wir gehen jetzt dran gleich weiter. Grabbar so 10-15 Minuten und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Malu, danke nochmal. Danke auch. Später dann. Jo, tschau tschau. So.